Amazon hat mit dem Kindle Oasis ein neuartiges Konzept eines E-Book-Readers vorgestellt. Ein besonders dünnes Gehäuse wird dadurch realisiert, dass Einbußen bei der Akkulaufzeit in Kauf genommen werden. Als Gegenmaßnahme gibt es einen speziellen Akkudeckel, mit dem sich die Gesamtlaufzeit deutlich verlängern lässt. Aus den zwei Wochen Akkulaufzeit werden dann neun Wochen Nutzungszeit. Der Kindle Oasis ist nicht überall so dünn. Es gibt auf der Seite eine Ausbuchtung nach unten hin. Das sorgt dafür, dass das Lesegerät sehr gut in der Hand liegt. Die Gewichtsverteilung ist gut gelungen, man hat den Eindruck, der E-Book-Reader ist federleicht. Die Blätterknöpfe sind sehr gut mit dem Daumen erreichbar, um möglichst bequem in einem elektronischen Buch blättern zu können. Der Kindle Oasis hat einen Lagesensor, sodass sich der Displayinhalt mitdreht, abhängig davon, wie der Reader gehalten wird. Er ist damit sowohl für Rechts- als auch für Linkshänder sehr gut geeignet. Das neue Oberklasse-Modell ergänzt den Kindle Voyage, der weiterhin angeboten wird. Beide Modelle haben eine hohe Auflösung von 300 dpi und zeigen Inhalte klar und deutlich an. Der Leseeindruck ähnelt stark dem eines Buches, wenn die Hintergrundbeleuchtung entsprechend eingestellt ist. Bei Tageslicht kann prinzipiell auf das Displaylicht verzichtet werden. Der Leseeindruck verbessert sich aber damit erheblich. Der Kindle Oasis kann bei Amazon für 290 Euro vorbestellt werden und wird Ende April ausgeliefert. Für 350 Euro gibt es eine Variante mit eingebautem UMTS-Modem, um damit weltweit auch ohne WLAN Bücher herunterladen zu können. Fazit Amazon definiert mit dem Kindle Oasis eine neue E-Book-Reader-Luxusklasse. Das formschöne und angenehm leichte Gehäuse verleiht dem Gerät das gewisse Etwas. Wem die bisherigen E-Book-Reader zu profan waren, wird sich schnell für den Kindle Oasis begeistern können, trotz des vergleichsweise hohen Preises.